Wieso die Lehrlinge bei unserer Lehre anfangen sollten? Uns ist bewusst, dass die Lehrlinge unsere Zukunft sind. Und somit geben wir uns das Beste, dass sie ihre Lehre auch wirklich sehr gut bestimmen. Stolz bin ich bei meiner Arbeit, wenn ich wirklich mit allem fertig geworden bin. Es hat keinen Fehler. Ich kann auf die Probefahrt gehen und alles funktioniert tipptopp, einwandfrei und ich kann das Fahrzeug dem Kunden übergeben und er ist glücklich. Unsere Mitarbeiter kümmern sich hervorragend um die Lernenden. Nicht nur im technischen Bereich oder im Ausbildungsbereich, sondern auch im persönlichen Bereich. Wir machen keinen Unterschied. Es sind alle gleichberechtigt, sind alle gleich willkommen. Es werden einfach alle gleich behandelt. Auf Augehöhe. Von einem Vorgesetzten werde ich hier bei der E-Mail-Freie gut unterstützt, dadurch dass, gerade wenn ich Schulfragen habe, sie mir wirklich helfen. Sonst, wenn ich bei irgendetwas ein Problem habe, helfen sie mir gerade. Sie schauen wirklich gut auf mich, geben mir auch wirklich Arbeiten, wo ich mich selber fordern kann und wirklich auch etwas dabei lernen. Verschaff dir selber einen Einblick. Komm zu euch zu schnuppern, wir freuen uns auf dich.